Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Friedenskonferenz für die Ukraine in der Schweiz. Neben dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj werden Vertreter aus mehr als 90 Ländern erwartet. Deutschland wird von Bundeskanzler Scholz vertreten. Russland ist nicht eingeladen. Bei den Gesprächen geht es um mögliche Wege für einen Friedensprozess. Scholz weist Russlands Vorschläge für Friedensverhandlungen mit der Ukraine zurück. Jeder wisse, dass Putin es nicht ernst meine, so der Bundeskanzler. Putin wolle nur seinen imperialistischen Raubzug in Dokumente fassen, sagte Scholz. Der russische Präsident hatte gestern Bedingungen für Friedensgespräche gestellt. Unter anderem verlangt er von der Ukraine, die von Russland annektierten Gebiete aufzugeben. Pilgerfahrt Hatsch in Mekka wird fortgesetzt. Etwa 1,5 Millionen gläubige Muslime besteigen den Berg Arafat, wo der Prophet Mohammed seine letzte Predigt gehalten haben soll. Überschattet wird der Hatsch in diesem Jahr vom Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen. Traditionelle Geburtstagsparade zur Ehren des britischen Königs. Der krebserkranke Monarch Charles III. nimmt heute nicht zum Pferd, sondern in einer Kutsche an der Prunk von Zeremonie teil. Auch seine ebenfalls an Krebs erkrankte Schwiegertochter Kate ist dabei. Sie war zuletzt an Weihnachten öffentlich aufgetreten. Deutschland eröffnet Fußball-Heim-EM mit Sieg gegen Schottland. Das Team von Bundestrainer Nagelsmann gewann die Auftaktpartie in München mit 5 zu 1. Die Tore schossen Wirts, Musiala, Havertz, Füllkrug und Jan. Rüdiger erzielte ein Eigentor. Die nächsten Gegner sind Ungarn und die Schweiz. Das Wetter morgen. In der Nordwesthälfte reichlich Wolken, dazu gebietsweise Regen oder zum Teil gewittrige Schauer. Sonst mal Sonne, mal Wolken und nur stellenweise Schauer. 15 bis 24 Grad.